Also jetzt ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Hoppe. Schön, dass Sie heute hier sind und schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben heute mal ein Begleitthema zu unserem Bienenthema genommen, nämlich ein Thema aus der Landwirtschaft. Und der Grund, das hatte ich ja in der Ankündigung der Live-Session schon gesagt, ist, es gibt ja immer so mal regelmäßig so Spannungen zwischen Imkern und Landwirten. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Vortrag zu dem Drop-Lag-Verfahren, in dem ja immer so viele Hoffnungen schweben. Und da hatte ich mal einen Vortrag von der Frau Hoppe zu dem Thema gehört und hatte gedacht, das ist ein ganz tolles Thema für unsere Live-Session. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute dieses Drop-Lag-Verfahren, einen Beitrag zur Risikominimierung von der Frau Hoppe haben. Also ganz herzlich willkommen und ich würde Ihnen jetzt den Bildschirm übergeben. Ja, also ich freue mich, dass Sie Interesse haben an der Landwirtschaft, am Pflanzenschutz, an neuen Verfahren im Pflanzenschutz. Der Pflanzenschutz muss ja durchgeführt werden nach integrierten Verfahren und Methoden. Das ist also schon seit 2013 festgeschrieben im Pflanzenschutzgesetz und dort kümmern wir uns also schon intensiv in dieser Zeit um eine Risikominderung bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und die Frage ist jetzt, ob das Drop-Lag-Verfahren einen Beitrag zur Risikominderung darstellen kann. Gut, also bevor ich als Landwirt überhaupt was mit Pflanzenschutzmitteln machen kann, muss ich meine Schadorganismen mit geeigneten Methoden und Instrumenten überwachen. Dazu dienen natürlich die eigenen Beobachtungen und Bestandeskontrollen vor Ort. Dazu sind auch wissenschaftlich begründete Warnungen, Vorhersagen und Frühdiagnosen möglich. Die sind alle zusammengefasst in einem System, das nennt sich ISIP und wird getragen von dem amtlichen Pflanzenschutzdienst. Dazu gehören anerkannte Methoden der Bestandesüberwachung, validierte Prognosemodelle und Warndiensthinweise. Ich habe Ihnen mal so ein Warndiensthinweise von diesem Jahr schon mitgebracht. Das war unser erster vom 11. Januar. Inzwischen sind wir mit Nummer 17, das war vorige Woche, also inzwischen sind wir glaube ich bei Nummer 19 schon. Aber den habe ich rausgesucht, weil hier steht nochmal Weißstänglichkeit im Winterraps, nutzen Sie Entscheidungshilfen. Also es wird immer sehr aktuell dann auch nochmal beschrieben, was die Landwirte machen sollen, was sie nutzen können. Und mit den Ergebnissen aus der Überwachung wird also entschieden, ob und wann welche Pflanzenschutzmaßnahme durchgeführt werden kann und soll. Das heißt, wir beziehen uns hier auf wissenschaftlich begründete Schwellenwerte. Und bei der Entscheidung über eine Behandlung sind natürlich die betroffene Region, das spezifische Gebiet, die Kulturpflanze oder die besonderen klimatischen Bedingungen mit einzubeziehen. Also wenn ich so wie letzte Woche Bodenfrost habe, sind verschiedene Maßnahmen einfach nicht sinnvoll durchzuführen. Das muss ich also immer mit im Blick haben als Landwirt. Schwellenwerte sind wesentliche Komponenten für die Entscheidungsfindung und müssen berücksichtigt werden. Deswegen gehe ich hier auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Die Schadensschwelle ist so definiert, dass ein Schaderregerbefall nachzuweisen ist. Und zwar ist der schon so hoch, dass ich ihn sehen kann. Und wenn ich ihn nachweisen kann und sehen kann als Landwirt, dann liegt die Grenze inzwischen schon bei zwei bis fünf Prozent Ertragsverlust. Dann ist noch definiert die ökonomische Schadensschwelle. Das heißt, der Befall durch den Schaderreger ist so hoch, dass sie den Aufwand einer Pflanzenschutzmaßnahme rechtfertigen. Denn Pflanzenschutzmittel kosten Geld, die Überfahrt kostet Geld. Also der Landwirt nimmt erstmal einen Teil Ertragsverlust hin, bevor er sich entschließt, auch aus ökonomischen Gründen den Schaderreger zu bekämpfen. Der Bekämpfungsrichtwert, die Bekämpfungsschwelle ist also dann der Schaderregerbefall zu einem bestimmten Zeitpunkt, bei dem eine Maßnahme, die zur Bekämpfung eingesetzt wird, den zu erwartenden Befall unter der ökonomischen Schadensschwelle hält. Und diese Bekämpfungsrichtwerte, ich halte mal das Buch hier rein, die sind also in der grünen Broschüre oder grüne Bibel festgeschrieben. Und die kommt jedes Jahr neu raus und ist für alle Landwirte erhältlich. Und da stehen also die Bekämpfungsrichtwerte, die aktuellen Bekämpfungsrichtwerte immer drin, die also wissenschaftlich begründet festgelegt wurden. Ein weiterer Punkt, der beim integrierten Pflanzenschutz unbedingt und zwingend zu beachten ist, ist der Schutz von Umwelt- und Nichtzielorganismen. Das heißt, die Voraussetzung lautet, alle eingesetzten Pflanzenschutzmittel müssen sehr zielartenspezifisch angewendet werden und dürfen nur die geringsten Nebenwirkungen haben. Und zwar Auswirkungen, die geringsten Nebenwirkungen, Auswirkungen auf Nichtzielorganismen, auf die Umwelt und auch auf andere landwirtschaftliche Nachbarn. Denn es kann ja auch sein, dass ich einen ökologischen oder Biobauern als Nachbarn habe und denen seine Kulturen darf ich natürlich dann auch nicht mit meinen Pflanzenschutzmitteln versauen, zu gut Deutsch. So, dann haben wir das, ist ein typisches Bild, was uns also vielleicht Mitte, Ende dieser Woche erreichen wird. Blühende Rapsfelder überall, von denen wir umgeben sind. Und dort werden dann Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt gegen Sklerotinia, gegen Kohlschotenrüssler, Kohlschotenmücke, gegen Rapskrebs. Und entweder werden diese Maßnahmen als Tankmischung gemacht oder aber zu unterschiedlichen Terminen gesetzt. Und natürlich ist das der Zeitpunkt, wo der Nektar und Pollen, aber eben auch die Bestäuber direkt in den Kontakt mit den eingesetzten Mitteln kommen. Und die Mittel werden, je nachdem, wie das Flugwetter für die Bestäuber ist, im Honig eingelagert. Und der Honig, das wissen Sie alle am besten, ist das Endprodukt für die meisten Imker. Da baut sich also jedes Jahr wieder ein Spannungsfeld für Landwirte und Imker auf. Zumal es in der Vergangenheit viel häufiger zu Nachweisen von Wirkstoffen im Honig gekommen ist. Obwohl die erlaubten Rückstandsmengen in der Regel eingehalten wurden, ist aber die Analytik inzwischen so viel besser geworden, dass wir also viel mehr Wirkstoffe finden. Und zum anderen ist natürlich auch der Grund, die zunehmenden Blütenbehandlungen. Und da stellte sich für uns jetzt die Frage, kann das Droplec-Verfahren einen Beitrag zur Risikominderung leisten? Wir haben das also in einem zweijährigen Projekt untersucht, von 2019 bis 2020. Und wir haben in Winter Raps und Winter Weizen danach geguckt. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Im Winter Raps haben wir nach den Wirkstoffrückständen in der Blüte und im Stängel geguckt. Wir haben geguckt, wie schwer ist die Sklerotinia, also die Krankheit, ausgebrochen im Raps. Welche Auswirkungen haben die Verfahren auf Ertrag und Qualität des Rapses? Und ist das Verfahren an sich praxistauglich? Dasselbe haben wir im Weizen gemacht. Da ging es uns darum, die Abdrift der Wirkstoffe zu kontrollieren. Und inwiefern kann ich also die häufigste Blattfleckenkrankheit, die Septoria, mit Droplec oder dem konventionellen Verfahren bekämpfen? Welche Auswirkungen hat das auf Ertrag und Qualität? Und wie praxistauglich ist das Verfahren im Winter Weizen? Noch einmal einen Rückblick. Was ist das Droplec-Verfahren überhaupt? Sie sehen hier, der Standard ist, dass wir also oberhalb des Bestandes mit den Düsen das Spritzmittel ausbringen. Das Droplec-Verfahren hat also solche abgehängten Düsen. Das heißt, hier oben ist der Spritzarm und die Düsen befinden sich also unter der Bestandesoberkante im Bestand drinne und spritzen den unteren Bereich des Bestandes. Sie sehen das hier nochmal, das ist das Bild von vorhin, die oberirdische Ausbringung. Und hier, Sie sehen hier den kleinen roten Punkt, das zeigt die Düse, die sich also unterhalb des Blütenhorizontes befindet. Und diese Düse ist unterschiedlich einstellbar. Wie hier ist es gezeigt, geht es also seitlich weg. Man kann die auch seitlich nach unten, seitlich nach oben einrichten. Natürlich macht jetzt hier, wie in unserem Fall, seitlich beziehungsweise seitlich nach unten den größten Sinn. Das nochmal zum Verständnis des Droplec-Verfahrens. Wir haben also mehrere Versuche gestartet. Sie sehen das hier, wir waren auch relativ in Sachsen weit unterwegs, wollten also eine große Breitenwirksamkeit haben und wir wollten unterschiedliche Standorteigenschaften austesten. Deswegen waren wir also an vielen Stellen in Sachsen und haben dort unsere Versuche angelegt. Wir haben auf unseren Versuchsstationen Kleinparzellenversuche durchgeführt im Winterraps. Das haben wir schon, bevor das Projekt begann, gemacht. Also drei Jahre lang, 2018 bis 2020. Und dieser Versuch war eingebettet in einen anderen Strategieversuch. Und wir haben hier das Droplec-Verfahren getestet im Vergleich zu den konventionellen Herbstblütenbehandlungen mit Fungiziden. Wir haben für eine Rückstandsanalyse zehn Pflanzen pro Parzelle entnommen und Blüten und Stängel getrennt entnommen, damit wir also den Wirkstoff nicht verschleppen. Und wir haben auch nach 24 Stunden die Proben entnommen, gleich also nach der Fungizidanwendung, damit der Abbau des Wirkstoffs noch nicht weit fortgeschritten ist. Dann haben wir die Krankheit bonitiert mit 25 Pflanzen je Parzelle und auch im Labor bestimmen lassen und Ertrag und Qualität über das bekannte Kerntrusch-Verfahren, welches im Versuchswesen durchgeführt wird, gemacht. Das ist mal eine Draufsicht auf die vier Blöcke auf einer von unseren Versuchsstationen. Das sind die einzelnen Parzellen, die sich hier finden. Und wir haben eine größere Parzellenbreite, die man hier nicht erkennen kann, weil sie also ganz normal ist. Aber wir haben immer zwei Parzellen nebeneinander gelegt, damit mit dem Droplec die Technik sauber eingesetzt werden kann und ausgehoben werden kann. Dann haben wir in drei Praxisbetrieben Winterraps-Großparzellenversuche angelegt. Wir haben je nach der Arbeitsbreite der vorhandenen Feldspritzen und dem Gelände die Parzellengrößen gewählt, unter anderem Länge bis 200, 300 Meter. Da sieht man natürlich ganz anders, ob das ein Verfahren ist, was für die Praxis möglich ist. Und haben dort auch die konventionelle Behandlung gegen die Droplec-Technik geprüft. Auch hier wieder für die Rückstandsanalyse haben wir 20 Pflanzen pro Parzelle entnommen, haben auch hier die Krankheit bonitiert über 40 Pflanzen pro Parzelle und haben auch hier Ertrag und Qualität über das Kernbruschverfahren beziehungsweise die Gesamtparzelle ermittelt. So sieht das aus, die Anlage des Großparzellenversuchs in dem Praxisbetrieb. Sie sehen hier die einzelnen Varianten hintereinander und so stellt sich das dann auf dem gesamten Schlag dar. Und das sind hier die 200 Meter gewesen. Das heißt also, der Schlag ist schon ein langer Schlag mit 800 Metern Länge insgesamt. Was machen wir eigentlich in dieser Blütenbehandlung? Wir behandeln also mit einem Fungizid gegen die Pilze. Und zwar sind das solche kleinen Apothezien, die im zeitlichen Frühjahr wachsen und den Raps befallen. Und das breitet sich also so weit aus, dass im Wachstum des Rapses die Stängel vermorschen. Deswegen sehen die also auch so weiß aus. Und bevor der Raps zur vollständigen Abreife kommt und wir den ernten können, bricht der Bestand zusammen, dass die Landwirte Ertragsverluste haben, weil sie den Raps nicht mehr dreschen können, nicht mehr ernten können. Deswegen ist also die Blütenbehandlung im Winter Raps für die Landwirtschaft von Bedeutung. Dann haben wir in unserem Lehr- und Versuchsgut in Nordsachsen in Kölletsch einen Flächenversuch gemacht. Das heißt, wir haben zwei Felder miteinander verglichen. Auf dem einen Feld haben wir eine konventionelle Behandlung gemacht. Auf dem zweiten Feld die Drobleck-Technik insgesamt eingesetzt und haben dann in einer Rückstandsanalyse Honig- und Pollenproben entnommen. Und der Fokus lag darauf, dass wir die Honig- und Pollenproben zeitnah bekommen haben. Und dafür haben wir je zwei Bienenvölker mit einem Abstand von 200 Metern am Rand zu den Schlägen aufgestellt. Und wir haben das so angeordnet, dass die Versuchsflächen einen maximalen Abstand von den Außengrenzen des Lehr- und Versuchsguts hatten, damit sie also möglichst unbeeinflusst von dem Nachbarbetrieb geblieben sind. Und aus diesem Grund haben wir auch die Drobleck-Technik zuerst angewendet und haben dann am Tag der Applikation die Pollenfallen für 24 Stunden aktiviert, haben dann die Pollenproben entnommen und haben nach fünf Tagen Honigproben entnommen. Und dann, nachdem wir das nach den fünf Tagen gemacht haben, haben wir erst das zweite Feld mit der konventionellen Technik behandelt. Und auch dort haben wir am Tag der Applikation die Pollenfallen für 24 Stunden aktiviert und auch dort nach fünf Tagen Honigproben entnommen. Bei den Pollenproben haben wir vor allen Dingen auch wissen wollen, wie die Zusammensetzung ist, also ob das auch funktioniert hat. Und die Bestätigung ist auch gekommen, dass über 80 Prozent in den Pollen, Rapspollen, enthalten waren. Also die Bienen sind nur wenig fremdgegangen. Der meiste Teil ist also aus dem Raps gewesen. Dann haben wir noch im vergangenen Jahr einen Tastversuch gemacht in Weizen in zwei Praxisbetrieben zur Behandlung gegen die Blattfleckenkrankheit. Und da haben wir also auch hier die betriebsübliche Behandlung, die konventionelle Behandlung und die Drobleck-Technik gegeneinander geprüft. Und bei der betriebsüblichen Behandlung kam es zu zwei Fungizidanwendungen, die auch zulässig sind. Und wir haben uns aber für unsere Kontrolle für eine Behandlung entschieden in diesem Zeitraum, wo der Weizen schon weit entwickelt ist, wo er also auch schon entsprechend dicht ist und eine Mindesthöhe von 50 Zentimetern hat. Denn die Droblecks selber sind bis zu 70 Zentimeter lang, sodass man also den Weizen oder die Droblecks nicht auf den Boden schleppt, sondern dass die tatsächlich im Bestand fahren. Dann haben wir auch hier die Krankheit bonitiert vor und nach der Applikation und Pflanzen entnommen und auch Ertrag und Qualität über das Kernbruschverfahren festgestellt. Und einen interessanten Tastversuch haben wir noch gemacht, um die Abdrift zu messen. Der Hintergrund von dieser Abdriftmessung war die Idee, ob wir vielleicht die Abdrift im Vergleich zur konventionellen Behandlung deutlich verringern können. Denn Sie wissen ja aus Ihren eigenen Erfahrungen und auch aus der Presse, dass den Landwirten ja Abdrift immer vorgeworfen wird, auch wenn Sie sich sehr große Mühe geben, alles einzuhalten, bestimmte Bedingungen einzuhalten, ist eine gewisse Abdrift, also ein gewisses Abtreiben von der Pflanzenschutzmittelausbringung nicht unbedingt zu unterbinden. Deswegen haben wir geguckt, ob wir mit dem Drobleck da vielleicht besser hinkommen könnten. Und da gibt es ja für Abdriftmessungen ganz strenge Richtwerte und Richtlinien, die das Julius-Kühn-Institut festgelegt hat. Das konnten wir leider nicht machen, aufgrund der begrenzten Ressourcen, die wir hatten. Aber in Absprache mit unserem Landeslabor, dem Betriebsgesellschaft, haben wir eine alternative Messvorrichtung gebaut, auf drei Höhenstufen. Sie sehen das hier, das ist abgebildet. Das waren also Plexiglasscheiben auf drei Höhenstufen angebracht. Und wir haben sie dann in Windrichtung eingerichtet, jeweils fünf Meter von der Parzellengrenze entfernt und haben darauf geachtet, dass die Bestandesoberfläche und die unterste Ebene, dass die also miteinander in Übereinstimmung sind, sodass die größte Abdrift sozusagen hier hängen bleibt. Und haben es dann zeitnah natürlich ins Labor zur Untersuchung gegeben, um eben einen ersten Einblick in mögliche Unterschiede zu bekommen. Das ist natürlich noch nicht ausgereift. Da müssen wir also noch weiter dran arbeiten. Gut, gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Also die Ergebnisse zu den Rückstandsanalysen der Winterrapspflanzen. Wir haben also insgesamt 483 Proben aus dem Feld entnommen, aufbereitet und analysiert. Das ist also unseres Wissens das erste Mal, dass das mit so einem hohen Aufwand durchgeführt wurde. Und die Eignung des Droplex-Verfahrens hat sich also damit bestätigt. Wir kommen tatsächlich zu einer Verringerung der Wirkstoffbelastung im Blütenhorizont. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, dass wir eine höhere Wirkstoffkonzentration im Stängelbereich haben. Das könnte eventuell zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes führen, einfach weil wir ja näher dran sind an dem Bereich, wo es tatsächlich wirken soll. Aber da muss man eben auch noch weitere Untersuchungen durchführen, um eventuelle Resistenzbildungen zu verhindern. Was haben wir bei dem Honig und Pollen erreicht? Da haben wir also gesehen, dass in den Pollen eine sehr hohe Belastung festgestellt wurde, unabhängig von der Düsentechnik. Da muss man aber wieder sagen, ja, wir haben es ja in den ersten 24 Stunden nach der Applikation gemacht. Das heißt also, hier ist auch der Zeitraum der höchsten Belastung beprobt worden. Und nach einer Studie vom Dr. Wallner vom Bieneninstitut, der gesagt hat, schon am Tag zwei beginnt der Wirkstoffabbau in den Pollen, muss man also sagen, diese Pollenentnahme sollte man also auf alle Fälle längere Zeit nach der Applikation erst durchführen. Das ist also wirklich ein wichtiger Hinweis für Imker, die Pollen verkaufen wollen oder Pollen ernten wollen und dann zu verkaufen. So, der zweite Punkt, der Honig. Die Drop-Lack-Technik hat also dafür gesorgt, dass wir die zulässigen Höchstgehalte eingehalten haben. Und auch hier lautet die Empfehlung trotzdem, den Honig über einen längeren Zeitraum nach der Applikation zu ernten. Einfach, weil da die Verdünnung der Wirkstoffe, der Verdünnungseffekt in der Wirkstoffkonzentration im Honig noch viel besser ist. Manchmal verzehren dann die Bienen auch ihren eigenen Honig an den Nicht-Flugtagen, an Tagen mit Regen nicht ausfliegen und sich dann von dem belasteten Honig ernähren. So, welche Auswirkung hat es auf Ertrag und Qualität im Winterraps? Es hatte überhaupt keinen signifikanten Effekt auf den Ertrag und es hatte auch keinen signifikanten Effekt auf die Qualitätsparameter Rohfettgehalt und 1000-Kornmasse beim Winterraps. Man muss dazu sagen, in den Untersuchungsjahren, und Sie können sich bestimmt noch erinnern, es war ja sehr heiß und sehr trocken, war also der Befall mit den Sklerotien sehr gering und beziehungsweise war gar kein Befall da. Wir kennen es nur aus einer anderen Studie, da wurde dann festgestellt, durch diesen Befall und die Blütenbehandlung dagegen ist also eine signifikante Ertragssteigerung nachgewiesen worden. Zusammenfassend kann man sagen, die Erfahrung aus der Praxis. Der Zeitaufwand mit dem Droplec-Verfahren ist eine ganze Menge höher. Das heißt, ich muss für jedes Feld die Droplecs neu einstellen, weil je nachdem, wie die Sorte ist, wie der Feldaufgang war, wie der Standort ist, wie die Nährstoffversorgung ist, ist der Blütenhorizont anders, muss ich meine Droplecs immer wieder neu einrichten. Die Erfahrungen aus der Praxis sagen aber auch, dass die Fahrgeschwindigkeit mit der Droplec-Technik etwas geringer ist. Das war für die Praxisbetriebe überhaupt kein Problem. Aber ein Problem ist, dass auch bei den unterschiedlichsten Feldspritzen, die wir getestet haben, ein Straßentransport der Droplecs nicht möglich war. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der das Droplec-Verfahren behindert zur Durchsetzung bei den Landwirten. Denn die müssen, wenn sie von Feld zu Feld fahren, immer wieder die Droplecs an- und abbauen. Und das ist, wenn ich so eine 30 Meter Arbeitsbreite habe, habe ich 60 Droplecs dran. Selbst wenn das schnell geht, ist das vorher und nachher eine Dreiviertelstunde dann mit dem Einstellen der Droplecs noch dazu vergehen anderthalb Stunden, bevor ich das nächste Feld fertig habe. Das ist also ein ganz großes Manko. Und eine Klapptechnik, die gibt es nur bei zwei Landmaschinenherstellern und die kostet für jeden Meter extra und nicht wenig. Das ist also in meinen Augen das größte Manko, dass sich das Droplec-Verfahren derzeit noch nicht durchsetzt. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass Spritzbrühe trotzdem Droplec-Verfahren in den Blütenhorizont gelangen kann. Nämlich wenn ich am Anfang in die Fahrgasse hineinfahre mit meiner ausgebreiteten Spritze, dann habe ich schon mal durch den unebenen Untergrund ein bisschen Spritzgestänge, das nach oben und nach unten sich bewegt. Also deswegen kann auch Pflanzenschutzmittel in den Blütenhorizont gelangen. Oder eben, wenn ich das Spritzgestänge ausheben muss, weil ich unebenes oder abfallendes Gelände habe, auch dann kann es dazu kommen, dass ich in den Blütenhorizont Spritzmittel eintrage. Die Droplec-Düsen an sich sind sehr robust. Da haben wir keine Probleme gehabt. Sie können auch abknicken beim Rückwärtsfahren und bei scharfen Kurven. Haben wir nicht festgestellt, haben wir aus den anderen Studien noch mit rausgelesen. Ist das Droplec-Verfahren also jetzt ein Beitrag zur Risikominderung? Sie sehen es schon, es steht nach wie vor ein Fragezeichen. Und hier steht ein großes, dickes Ja. Ja, es kann die Wirkstoffrückstände im Honig reduzieren. Die Technik ist in der Abdriftminderungsklasse 90 Prozent gelistet. Das ist alles sehr gut. Die Abdrift von Wirkstoffen im Weizen, damit kann ich teilweise was reduzieren. Aber dazu brauche ich weitere vertiefende Untersuchungen. Da bin ich also noch nicht auf der sicheren Seite. Und der Krankheitsbefall ist also vergleichbar mit der konventionellen Behandlung. So, und jetzt kommt das Große. Aber ich habe hohe Investitionskosten. Die Droplecs alleine kosten 200 Euro je Meter Arbeitsbreite. Und zusätzlich 150 Euro je Meter der Klappmechanismus. Das sind 350 Euro für 30 Meter Arbeitsbreite. Das sind schon mal gleich 11.000 Euro. Und nur für den Raps. Im Pflanzenbau habe ich momentan wenig Erfahrung mit anderen Feldfrüchten. Es gibt Erfahrungen auch zum Mais. Aber da ist die Notwendigkeit für so einen Einsatz im Droplec nicht unbedingt gegeben. Und wir haben das andere aber, die hohen Wirkstoffrückstände in den Pollen. Bei zeitnahen Entnahmen nach der Applikation. So, die Erfahrungen aus der Praxis stellten sich für uns also so dar, dass viele der Landwirte die Imker vor der Blütenbehandlung informiert haben. Und die haben am Tag der Applikation ihre Beuten zugemacht. Und danach wieder aufgemacht. Und da war es gut. Und wir haben auch Imker getroffen, die die Blütenbehandlung gar nicht als das Problem ansehen. Also die also trotz der Applikationen die Beuten aufstellen und die stehen lassen. Es gibt also unterschiedliche Imker. Und damit bin ich schon am Schluss, am Fazit. Die Droplec-Technik ist vergleichsweise teuer. Man sollte also auf alle Fälle weitere Anwendungsmöglichkeiten testen. Andere Kulturen testen. Und eine Förderung zur Investition ist für Landwirte in Sachsen derzeit möglich. Aber die Untergrenze für die Förderung beträgt 20.000 Euro. Also selbst mit meiner 30 Meter Spritze habe ich zwar die 11.000 Euro, die ich ausgeben müsste, um die Droplec-Technik mir anzuschaffen. Aber ich kriege es gar nicht gefördert, weil die Untergrenze, wo überhaupt was losgeht, 20.000 Euro beträgt. Das ist natürlich ein großes Manko auch. Das haben wir auch kommuniziert ins Ministerium. Mal sehen, was daraus wird. Und ein weiteres Manko ist, dass Dienstleister, die ja einen großen Kreis abdecken, an Blütenbehandlungen abdecken, dass die nicht antragsberechtigt sind. Das heißt, bei denen, die haben also keine Fläche und bei uns ist die Förderung der Investitionen an die Fläche gebunden. Und es gab in Berlin einen runden Tisch. Da war also der Konsens der Teilnehmer, dass eine Förderung notwendig ist, zum Beispiel über die Agrar- und Umweltklimamaßnahmen. Und dass aufgrund der geringen Nachfrage durch die Landwirtschaft die Landtechnikhersteller noch nicht wirklich überzeugt sind und sich nicht unbedingt für so Klappmechanismen, für eine Verbesserung in dieser Richtung einsetzen. Ich habe Ihnen hier auch die Kontaktdaten hinterlegt, mein Kollege, der damals das Projekt gemacht hat, Andreas Dietrich, und von mir, falls Sie da Nachfragen haben. Und hoffe, dass ich Ihnen ein paar Einblicke zum Dropleck-Verfahren geben konnte. Auch die Bedenken, die die Landwirtschaft nach wie vor mit dem Dropleck-Verfahren haben. Also das Anbringen der Dropleck an sich und die Masse, das Gewicht der Droplecks, das spielt gar keine Rolle. Das waren die größten Bedenken der Landwirtschaft. Das konnten wir auf alle Fälle ausräumen. Und ja, mit diesem schönen Bild würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden und bin für Fragen offen. Denn ich denke, die Landwirte in Sachsen sind sowohl kompetent und handeln meistens verantwortungsvoll. Auch wenn manchmal was anderes gesagt wird. Aber das sind meine Erfahrungen. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz vielen Dank. Wir lassen das Bild am besten stehen. Das Geteilte, auch während dem Fragenbereich, gibt es direkt aus der Runde Fragen. Das Erste ist, was ist denn die Vermutung, warum das in Pollen trotzdem noch so hohe Belastungen gibt, obwohl eigentlich das unterhalb der Blütenfläche gesprüht wird? Wird das durch die Aufnahme der Pflanze und dann Pollen transportiert oder drifte dann doch so viel in die Blüte ab? Was sind die Erklärungen dafür? Ja, das ist ziemlich schwierig, weil wir ja in den ersten 24 Stunden nicht dort mit drin waren. Aber wir denken tatsächlich, dass vielleicht die Pflanzenschutzmittelwolke sich ja dann doch noch ein bisschen auch durch den Blütenhorizont gezogen hat. Und dass zum Zweiten die Bienen vielleicht auch in den niederen Etagen das mit an den Füßen hatten und das dann in den Pollen mit eingetragen haben. Meine zweite Frage war ja, Sie haben ja gesagt, es ist im Honig deutlich weniger die Belastung gewesen. Wie viel ist das ungefähr weniger zum konventionellen Verfahren im Vergleich? Also das ist schon sehr deutlich weniger gewesen. Also selbst beim konventionellen Verfahren, das hatte ich ja am Anfang gesagt, bleiben wir unter den Rückstandshöchstmengen. Und hier bleiben wir sehr deutlich und haben nur noch Spuren drin. Das kommt auch wieder darauf an, was ich für Wirkstoffeinsätze. Also da verhalten sich die Wirkstoffe auch ein bisschen unterschiedlich in ihrem Abbau direkt nach der Anwendung. Aber wir haben also tatsächlich eine deutliche Reduzierung. Gut, die letzte Frage, die ich in dem Zusammenhang noch mit habe, ist, in welchen Größenordnungen bauten sich dieser Schadstoff in den Impollen ab? Und gibt es da Aussagen für die Bienen und für die Bienenbrut selber? Also da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die eine habe ich schon zitiert von dem Dr. Wallner aus dem Bieneninstitut. Der sagt, tatsächlich am Tag zwei beginnt der Abbau. Und das ist eigentlich das, was wir selber auch festgestellt haben. Deswegen waren wir auch bei der Probenahme schon nach 24 Stunden wieder da. Dass wir also den Abbau, der geht ziemlich schnell vonstatten. Das sind ja Wirkstoffe, die photolytisch abgebaut werden, also unter Wärme- und Lichteinfluss. Wenn die rauskommen sozusagen, dann beginnt im Prinzip sofort der Abbau. Was das für eine Auswirkung auf die Brut hat, da bin ich nicht Bienenfachmann genug, kann ich Ihnen nicht sagen. Gut, jetzt kommt eine Frage von JP. Frau Hoppe, Sie sprachen von Verschließen der Völker am Tag nach der Ausbringung der Pflanzenschutzmaßnahme. Was wurde dabei gegen das Verbrausen der Bienen getan? Oft stehen die Völker in der Sonne. Was meine Bedenken verstärkt? Ich weiß nicht, ob Sie da Auskunft geben können. Nein, da müssen Sie die Imker fragen. Also das kann ich nicht. Wir wissen nur aus unseren Gesprächen, aus den Versuchen, da sind manche Imker, die machen zu, halten 24 Stunden zu. 24 Stunden nach der Applikation machen sie wieder auf und haben gar kein Problem gehabt. Aber mit denen, nein, da kann ich gar nichts zu sagen zum Verbrausen. Also meine Vermutung wäre natürlich, also viele, die wandern, haben ja solche höheren Wanderböden, die relativ gut belüftet sind von unten. Dass das über die Belüftung funktioniert oder dass man tatsächlich guckt, dass sie nicht komplett in der prallen Sonne stehen. Kommt das sicher auch aufs Wetter an. Kommt aufs Wetter an und dann auch auf den Standort. Also komplett in der Sonne haben wir eigentlich nicht gesehen. Da war immer irgendwie ein bisschen. Die weitere Frage, die ich da noch in dem Zusammenhang hatte. Es gibt ja jetzt Bauern, die haben gesagt, in Ordnung und aus Wien-Schutzgründen sprühen sie zum Beispiel in der Nacht. Jetzt haben Sie gesagt, dass dieses Spritzmittel eigentlich bei Werbe und Licht abgebaut wird. Macht das dann gar keinen Sinn, diese Nachtsprühaktion bei den Bauern oder nicht? Also ich habe ja gehört, manche starten dann wirklich 21 Uhr, wenn die Bienen nicht mehr fliegen, damit sie früh um sechs fertig sind. Bringt das in dem Zusammenhang was? Ja, das geht ja um den Abbau. Der Abbau des Wirkstoffes ist photolytisch. Wenn die also in der Nacht das spritzen, dann ist das Spritzmittel von der Wirksamkeit wahrscheinlich ein bisschen besser. Und wenn dann morgen wird, also die Sonne aufgeht und es wird wärmer, beginnt der Abbau sozusagen verzögert. Macht das auch einen Unterschied, ob dieses Spritzmittel eben dann schon getrocknet ist am Morgen oder ob es noch in der flüssigen Form auf den Blättern ist? Nee, also zu dem Zeitpunkt der Blütebehandlung haben wir eigentlich fast immer Tau und damit oder so eine Nachtfeuchte. Also da ist, sag ich mal, die Pflanzen sind immer ein bisschen nass. Ob jetzt am Tag gespritzt wird oder über Nacht. Das ist, glaube ich, haben wir immer. Ellen, möchtest du die Frage selber stellen? Hallo Frau Hoppe, erst mal vielen Dank für den Vortrag, der sehr interessant war. Eine Frage, Sie hatten gesagt, manche Bauern und Landwirte informieren, bevor die im Endeffekt Pflanzenschutzmittel ausbringen. Wie kann ich denn proaktiv das in Erfahrung bringen? Haben Sie dann einen Tipp für mich? Also ich weiß ungefähr, wer die Felder bei mir in der Gegend bewirtschaftet. Ja. Proaktiv drauf zu gehen oder gibt es da auch gewisse Pflichten, dass die Bevölkerung in Kenntnis gesetzt werden muss? Nein, gibt es nicht. Momentan gibt es das nicht. Nee, gehen Sie aktiv hin. Also die Landwirte sind da auch sehr offen. Zumindest die, mit denen wir bisher in Kontakt gekommen sind und ich war 20 Jahre in der Kontrolle. Die sind alle sehr offen und wenn sie hingehen und sagen, ich bin der Imker, meine Bienen fliegen hier im Umkreis und können sie mich nicht informieren, wenn sie spritzen. Das geht ja jetzt mit WhatsApp oder solchen Chats ziemlich schnell. Also da, mit denen wir zu tun hatten, die haben da nirgendwo ein Problem gehabt. Das wäre meine Empfehlung. Ja, okay. Vielleicht gleich noch eine Frage, die mir in dem Zusammenhang einfällt. Wie geht es denn jetzt weiter? Also Sie sagten ja, das Verfahren ist trotzdem recht teuer. Es gibt Fördermöglichkeiten, ja. Haben Sie schon ein Feedback bekommen von Landwirten, ob sowas jetzt umgesetzt wird, ob es Interessen gibt in dem Zusammenhang? Also als wir uns um Projektpartner bemüht haben, also um Praxisbetriebe bemüht haben, hatten wir überhaupt kein Problem, welche zu finden. Die Landwirte sind ja aufgeschlossen gegenüber neuer Technik. Das haben sie auch alles. Wir mussten ja hier, achso, ich habe es jetzt auf dem Bildschirm gezeigt, das hilft Ihnen nicht. Aber die Halterungen sind alle neu angebracht worden. Wir haben also überall neue Löcher bohren müssen. Da waren die überhaupt nicht zögerlich, sondern haben das auch wirklich gleich gemacht. Wenn es natürlich als Serie angeboten wird, ist das immer besser. Dann ist es einfacher. Der Landwirt kauft das und kann das einsetzen. Und wie es weitergeht, ist die Frage bei der neuen Förderung. Also wenn das gefördert wird, dann wäre das, die Ausbringung gefördert wird, würden sich sicherlich Landwirte auch bereit erklären und dass diese Technik nachfragen. Und je mehr nachgefragt wird an dieser Technik, umso eher sind Landtechnikhersteller bereit, sich tatsächlich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen und einen Klappmechanismus auf diese oder jene Art einzurichten. Also auf diesem runden Tisch, bei diesem runden Tisch, da haben sie eindeutig gesagt, eine Firma, diese eine Million, die hier nachgefragt wird, das spielt für uns gar keine Rolle. Die agieren natürlich global, die agieren nicht für Deutschland. Das ist leider so. Na gut, und auch die Nachfrage wird den Preis dann irgendwann mal bestimmen. Also mehr Nachfrage, damit wird es auch erschwinglicher sicherlich werden und dann auch wiederum weiterhin die Nachfrage steigern. Wenn ich das will als Politik, dass die Landwirte sowas einsetzen, dann muss ich das erst mal fördern, bis es sozusagen einen Bereich erreicht hat, in Anführungsstrichen, wo es Normalität geworden ist. Aber bis dahin müsste ich es fördern, ja. Also unter den Umständen, wie es jetzt ist, machen die Landwirte, ja, halten sie sich sehr zurück. Gut. Okay, Dankeschön. Gut, ganz vielen Dank. Was ich noch mitgekriegt habe, das haben Sie aber mit erwähnt, ja, aus Gesprächen mit zwei Landwirten, die das tatsächlich eingesetzt haben, das Drop-Lack-Verfahren. Das größte Problem ist wohl dieses Anklappen, dass das nicht geht auf der Straße, wenn die also von Feld zu Feld fahren müssen. Und dann, es ist ja nicht bloß, dass sich das nicht anklappen lässt, dann sind ja die Düsen alle voller Spritzmittel und diese Dinger müssen irgendwo transportiert werden. Und man kann ja jetzt nicht das ganze Fahrerhaus fluten, weil man die Dinger dort reintut und das ganze restliche Spritzmittel rausfließt. Das heißt, man muss sich dann selbst noch Gedanken machen, wie transportiert man die von Feld zu Feld. Und wenn man sich jetzt noch... Man muss also dann einen Hänger nehmen, man kann das also auf keinen Fall im Fahrerhaus mitnehmen. Ich hatte ja gesagt, bei 30 Meter, wie es die Spritze hier auf dem Bild dargestellt ist, sind das 60 Drop-Lacks. Das ist erstmal eine Masse auch, eine Größenordnung. Kriege ich also im Fahrerhaus gar nicht unter und dann darf ich es aus Anwenderschutzgründen auch nicht mitnehmen, sondern muss noch einen extra Hänger mitnehmen. Das größere Problem ist aber, zwar ist es eine einfache Bayonett-Anbringung, aber 60 Mal nach jedem Schlag anbauen und abbauen, das ist eine Zeit. Und dazu kommt eben dieses Einstellen der Drop-Lacks für jeden Schlag neu. Das ist schon eine Problematik, dazu der Preis, die die Landwirte davon abhält. Also vernünftig wäre es, wenn der Staat sagt, also je nachdem das Bundesland oder insgesamt der Staat sagt, ich möchte, dass das ausgebracht wird, ich fördere eindeutig die Ausbringung mit Dienstleistern. Ich fördere den Dienstleister, dass der sich die vernünftige Technik anschafft und dann fördere ich, dass der Dienstleister das auch tatsächlich anwendet beim Landwirt. Das wäre das Beste. Also das war auf jeden Fall das, was ich mitgekriegt habe. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass es nachts stattfindet, das Spritzen, dann kann man sich das auch sicherlich bildlich vorstellen, wie der Fahrer dort, um, ich sage mal, nachts um drei, wenn er von einem Feld zum anderen fährt, dort diese Sachen abbaut und anbaut. Und wenn dann das Wetter noch nicht mal optimal ist, kann man sich vorstellen, was es derzeit für eine Hürde ist, wenn sich die Dinger nicht anklappen lassen. Also ich habe damals verstanden von den Bauern, das größte Problem ist, dass die eben nicht, bisher nicht klappbar sind. Genau. Und die Hersteller bisher noch nicht die Notwendigkeit sehen, sich da drüber tiefer Gedanken zu machen. Das war es. Das ist das, was ich eben gesagt habe auf der letzten Folie, dass wir die Landtechnikhersteller noch lange nicht überzeugt haben. So, also ganz vielen Dank nochmal jetzt nochmal in die Runde. Hat noch jemand Fragen dazu, zu dieser Ausbringung, eventuell auch zu der Kommunikation mit den Landwirten in der eigenen Region, um bestimmte Sachen zu erfahren? Die Frage hatten wir jetzt schon, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für den Vortrag. Ich hoffe, dass jeder ein bisschen ein Gefühl mitgekriegt hat zu dieser Drop-Lag-Technologie, wo es einsetzbar ist, aber auch, welche Schwierigkeiten es derzeit noch damit gibt und dass man ein bisschen Informationen daraus auch für sich mitnehmen kann. Vielleicht auch der Tipp, sich tatsächlich mit den Landwirten abzustimmen, wann gespritzt wird, damit man dann für 24 Stunden die Bienen daran hindern kann, direkt an dem Tag dann in den Raps zum Beispiel zu fliegen. Also vielen Dank nochmal. Frau Hoppe. Ja, bitte. Habe ich gern gemacht. Vielen Dank.